Heute geht's Dom the Bear mit Linked Und wir linken ins Bett Könnte man so die Musik Könnte man beim Speed Build laufen lassen Ich muss mal wieder einen machen Das hat nämlich fun gemacht Dieses Speed Build Diese Scheißmitte Aufnahme Ohne Witz, das geht mir mega mäßig auf den Sack Jetzt haben wir erstmal Redstone hier rein Kohle hier rein Diamanten hier rein Eisen hier rein Nicht Hier rein Äh Wir können die Werkzeugkiste Lassen wir mal dabei Gemeindefresse, was ist jetzt los? Hilfe Wow Ah, hier kommt es rein Zu wissen Alter Dieses Lead Nicht so cool, aber erschreckig Hab ich Angst vor vor dem Lead So, zack Das ist an das Lied, jetzt kommt die Gesteinkiste Hier ist die Cobblestone-Kiste Und der Cobblestone rein Ich hab hier noch mehr Redstone So Das ist da rein Bricks hab ich auch noch ein paar Für die Blumentöpfe Da rein, so Ja Ich muss gleich mal in die Einstellungen schauen Weil das Ding Vielleicht liegt es auch am Internetradio So Jetzt die Aufnahme so abkacken Zack, zack So Braten wir jetzt noch Und Jetzt haben wir schon wieder 14 Level jetzt Können wir noch ein bisschen verzaubern Dann Dann ist es nämlich egal Hört nicht so viel Das ist unglaublich Oh, jetzt kommt Old Slash mit Musikpill Jeden Morgen wache ich Zusammen mit ihr auf Ja, ihr kennt das sicherlich Ja, ihr kennt das sicherlich Dann ist man gleich gut drauf Cool Bisschen leiser Bisschen nach Ärzten, ne Auer 1 Ja komm, wenn wir uns Bin ich grad glücklich, ne So Efficiency Und Unbreaking Nehmen wir Unbreaking Ohne sie Könnte ich nicht lieb Knockback und Smythe Nehmen wir Knockback Protection Sharpness Yes Sharpness Sehr gut Protection Da haben wir noch Power und Protection drauf Oh, das haben wir noch Power bekommen Wann immer ich es will Knockback, können wir Knockback 2 machen Da haben wir schon einmal Knockback Ne Ohne sie Doch ohne sie Kann ich nicht leisten Okay Kann ich jetzt kombinieren So, haben wir noch einmal App ist 2 Protection kann ich kombinieren Knockback habe ich schon einmal Power 2 Immer Power Power 1 Und nochmal Power 1 Das kann ich kombinieren Und den Power 2 So easy Und dann kann ich hier Und dann kann ich hier Power 2 und Power 2 kombinieren Das weiß ich nicht, ob ich es mir leisten kann Manchmal klingt sie böse, dann ist sie bestimmt Ja Das ist 5 Level Scheiße Und dann hätte ich Power 3 Machen wir noch Power und Power machen wir zusammen Unbreaking haben wir sicher auch noch irgendwo So Ah hier haben wir es Unbreaking Aber Knockback und Knockback kann ich Knockback und Knockback Protection Unbreaking 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 Ich bin Musifil Das ist ja Ah, jetzt verstehe ich das Aha Witzig Ok Vielleicht Der war nicht so gut, ne? Aber das habe ich echt nicht verstanden so genau. Jetzt muss ich gleich mal in meine Einstellung schauen. Warum? Der ist im Moment gerade so abkackt. Das hier echt am Radio? Will ich nicht kaufen. Weil das ist schon geil. Das will ich eigentlich nicht raus machen. Fällt mir. Ich kann hier vielleicht das Text-Job-Pack rausnehmen, dann... Ne. Oder? Oder? Jetzt soll ich den Shader wieder reinmachen. Oh. So. Geht's dann? Geht's dann besser? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Aber es... So. Ja, aber dann kommt er nicht ans Leine Grenzen. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ja, gut. Machen wir einfach den Shader rein. Ist auch schön eigentlich. Sieht eigentlich ganz schön aus, ne? Ist das? Ist das die... Ne, Inspector Lance Flare? Ja, ich weiß. Das ist meine große Liebe. Du bist nur so viel. Habe ich schon verstanden. Das ist meine große Liebe. Klicke ein bisschen nachher. Können ja echt die Ärzte sein. Sehr ehrlich. Das ist meine große Liebe zur Musik. Eigentlich ganz cool. Gefällt dir so in der Radio gerade ein bisschen. Weihre ich gerade so ein kleines bisschen. Old Slash. Mal lassen. Ablauers oder so. Und final round. Let's park. Das ist mir jetzt aber echt zu laut. So. Ein bisschen leiser. Ne, so passt. Yo. Rock Pop Player. Ja. Da haben wir ein paar weniger Films in Minecraft, aber die Aufnahme leckt nicht mehr. Weil er schildert den, wenn es den Müll wahrscheinlich auf die Grafikkarte oben lenkt und dann gibt es ja auch keine Umleger mehr. Das ist halt alles ein bisschen dunkel, ne? Wie lange braucht das noch? Für den 20 habe ich schon. Ich brauche jetzt erst mal ein cooles Schwert bald. Okay. Hm? Sind das alles deutsche Bands? Ja, wahrscheinlich. Ich bin ja nur. Im Deutschen läuft die GEMA. Aber wahrscheinlich auch teilweise in Frankreich, oder? Die, äh. Kack GEMA. Fägt mich auch. Das laufen hier ein bisschen sinnlos in der Gegend rum gerade. Deshalb nehme ich mir jetzt mal vor, alle Leute zu besuchen. Zum Beispiel den Kerl hier, den dunklen, mein dunkles Ich. Dann besuchen wir mal den einzigen, den alleine, den Dorfbewohner. Ich glaube, da kommen bald noch Leute dazu. Also schreibt in die Kommentare, meine Aufnahmen, dann könnt ihr auch so ein Haus haben hier. Und. Ja. Und da oben, ja, da gehen wir jetzt schon hin. Wir müssen den vierten Stock. Oder ne, ist der eigentlich der dritte Stock. Das ist der dritte Stock. Erster Stock. Zweiter Stock. Dritter Stock. Ne, das andere ist das Erdgeschoss. So, die Leute hier. Wui. Die haben wir auch noch. Wir schauen, wie das mit der Musik dann auf YouTube ist. Wie YouTube mit der GEMA freien Musik klarkommt. Und mit der GEMA das Video nicht sperrt. Alles blöde Wixer sind. Ich glaube, da fällt auf, mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Blöde GEMA. Ja, blöde GEMA. So. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt habe ich. Stripped Mind. Ich brauche den eigentlich nur noch irgendwie. Brauche ich echt halt Dings. ähm, ne, Mob. Damit ich Level bekomme. Können wir nicht den Farmturm umbauen, ne? Der Farmturm wird jetzt zum Mob Farmturm eigentlich. Mhm. Ich muss mir gleich nur ein Tutorial anschauen, wie wir den umbauen können. Damit, äh. Ja, damit hier halt Mops dann runterfallen und so. Und ich ihn dann abschlachten kann. Ich brauche dir noch ein bisschen Platz. Moment mal. Uh, hier ist aber dunkel drin. Ah! Warum leuchtet mein Helm nicht mehr? Okay. Mal ein Lichter, uh. So. Hä? Moment. Okay, äh, das ist wohl der obere Teil, ne? Ah, der ist nicht jetzt ausgefüllt. Mit Erde. Da brauche ich nur ein bisschen Erde. Ah, hier können wir schon zum Glück. Können wir schon das Dach. Aber darüber schauen, da sterbe ich, ne? Aber ich kann hier reinspringen. Müsste eigentlich zu packen sein. Oh! Geschafft. Ich komme hier noch nicht mehr raus. Ist das kacke? Richtig ist dabei. Ich freu mich nicht raus. Jetzt kommt Roy Smiles mit der Battle Lane. So. Das war der schnellste Weg nach unten. Okay. Ja, aber dann bin ich an dieser Stelle in Folge. Weil ich grad planlos bin, was ich jetzt so tun soll. Außer pennen gehen. So. Aber ich hab grad irgendwie nicht Bock drauf, das Ding umzubauen, ohne mir ein gescheites Tutorial anzuschauen. Ja, Strip Mine war ich grade. Erkunden in die andere Richtung könnten wir noch machen. Ah, es gibt so viel Zeug, was wir noch machen können eigentlich. Irgendwas mit Redstone muss ich noch bauen. Aber das überlegt mir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, Mille. Und ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.